ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ich kann ja mal gucken, ob wir hier langsamer ins Game kommen, wenn nicht, mach ich das. Seid mir Bescheid, wenn ihr oben seid. Also, wie fehlt der Jungler immer noch, wenn er nicht connected ist? Ja, hat sich geschlossen. Ich muss so ein bisschen scheiße laufen. Jetzt geht's los. Ja. Ja, nehmt der Blomber aufgeschnitten, wie bei mir läuft. Was? Letzten Kreisen Panda. Bei mir hat sich's auch geschlossen. Ja, warte, ich kann mal. Terminated, yes. Oh, Devil wollte rein, Devil wollte rein. Oh, arme Devil. Oh. Hat er es hinter ihm nicht geschafft mit seinem Geflogen? Ne. So, Fana, look at my items. My items are amazing. Look at my boss. Für den richtigen Burst-Schaden. Ey, das hat Rumble, ne. Blu-Port auf Rumble, geht richtig ab. Beste. Fana. Die sehen's einfach nicht kommen, wenn ich den Blu-Port trinke und dann einfach drausspringen und tausend damage mache. Mindestens tausend. Das sieht man einfach nicht kommen. Ja, aber ich finde den, äh, von dem SGU, von dem Spirit Guard Udi, finde ich den Phoenix am besten einfach. Der ist am besten aus. Der Tiger ist retarded, finde ich. Der sieht scheiße aus. Ja, klar, ist aber leider trotzdem das stärkste. Deshalb, ich bitte, benutzt mein Primal Udi. Ja, easy. Also, ich bin nicht drin. Ja, ich bin ganz dumm, als ich noch am Loading-Screen bin. Wurscht. Ja, ich auch. Two-Mann-Invade. Get some Balls. Ja. Ja, Justin. Ein-Mann-Invade. Ich hab mein Blu-Port ready. So. Willst du den? Nein, Mann. Nein, Mann. Willst du den tanken? Nein, Mann. Okay, dann nicht. Spinn, Mann. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung, lass dir um ein bisschen rumfangen. Aber wenn ich Tiger Udi spielen, dann spiele ich den Primal Udi Skin. Der ist der Tiger viel cooler, finde ich. Wo ist der Knödel? So. Ich muss in die Mitte. Ist überhaupt nicht nervig, ey. Woh! Ist überhaupt nicht nervig. Woh lang gehst du, Panda? Ja, nicht oben lang. Baylife, wie wär's, wenn du direkt den ersten Flug kriegst? Loll. Guck mal, die Nidale. Full Dinger ins AP und Mana-Kristall. Okay. Gold. Gold 2 oder Gold 3 war die, ne? Ey, wo ist man? Die Carry? Nein, Mann. Oh, die Würfen fängt Dorans an. Gegen Udi das. Schlechtes machen kannst. Mit 10 AP. So schrotz aus. Stimmt, sie hat 10 AP. Mach ich. Warte mal, jetzt verlier's, ey. Hey, ich verliere schon. Wow, guck das an! Boah! Ja, die 10 AP. Hidden. Hidden Passive. Hidden Passive einfach. Ich hab direkt wieder von dem anderen, von dem Fake Panda angeschrieben. Na, wie ist das denn? Ist ja Fake Panda. Ja. Fake Panda? Hallo, ich hab den Namen jetzt nicht reserviert, ja? Panda ist ja, äh, kein Lebewesen oder so. Nee. Hab ich selbst ausgedacht. Ist kein Tier. Das stammt alles nur vom wahren Panda. Die anderen Pandas in China oder wo auch immer. Alles Faker. Alles Faker. Alles billige Nachmachen. Deswegen sind sie auch in China. Made in China. Boah, das hat eine Range der Burn. Oh, ich hab das falsche geskillt. Ach egal. Wuh! 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 Einmal drauf gesprungen und First Blood. Also Panda, das macht schon ein bisschen Damage, ne? Ist halt so. Das, weil du die Ulti hast, die Combo einfach. Mies. Also, was war nochmal, äh, Lich Bane und was noch, war das nochmal gesagt? Äh, Nashos Zahn. Ah, Nashos Zahn, genau, danke. Hitch Bane. Hitch Bane ist so OP. Ja, okay. Oh, ich hab den zweiten Durant dringen, hast du dir nochmal einen Blu-Port geholt? Shitter! That, that early game. Kriegst du den ein bisschen weiter weg vom Tower? Ich bin ein 18 CS, Igitt, Alter, ich sag's ab. Nee, gank nicht, gank nicht. Nur real Toplane einfach. Ach, 18 CS, du verletzt mich gerade. Was? 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 Ja, ich bin da. Oh man, Panda hat nen Kill. Gebet nicht. Nee, aber dafür hat Panda nen Kill. Das ist mehr wert als ein lebender Fosse. Lucky Kicks. So, eigentlich geh ich jetzt nicht back, wenn meine schissene Gammeldräder. Ja, scheiße ist natürlich mit meinem Basten. Wow. Ja, das war scheiße. Eigentlich schon. Ja. Dann war's sowieso irgendwie afkar. Am Anfang. Hast du, hast du die... Nein, du hast die fast nicht. Ist ja nervig. Ey, ist die CS gestorben? Ja, ne? Hab ich First Blood? Ja, ich glaub sie ist halt First Blood. Nein, Bär, der Verte First Blood. Ha. Ja. Ja, trotzdem zuerst. Sponder, wenn ich, wenn ich mach jetzt schon fast einen Sprung, Hälfte lebe. Ja, warte ab. Ja, eben. Zwei Autotags, Boom tot. Das ist auch total brutal. Das hab ich in, äh, in, in Dominion gespielt. Das ist ziemlich sehr interessant. Einfach nur One-Shotted. Hey, Listen, wie geht's? Botlane! Komm, gib sie mir ne... Yo! Ja, ja. Ja, Free Listen. Botlane, gib mir ein Foto. What? Oh Gott. Ich fang schon wieder an Scheiße zu labern. Alter. Aber er ist ja Botlane, also kann ich jetzt anfangen gleich zu Broxying. Richtig abzufacken. Woah. Uhm. Ah, der war gut. Mhm. So klein Minion grappen können. Cool, das den CS nicht. Aber das ist ja zurscht. Ja. als die red pot die scheiße das ist ja nicht mehr die da raus er könnte locker an der dritte weg ist ja ein Riss tot komm mal hier dann, komm mal hier dann Panna hier ist der Lee hier ähm in den Dings ist okay der kommt zu dir alter aber okay ich denke mal dann gibt's jetzt ein Gang da oben oh bist du echt okay totally weg ist er ja gut dann kann ich's lassen Panna ich würde weg gehen warum ja ich dachte jetzt, wenn er gut gewesen wäre hätte er sich jetzt nochmal umgedreht ja aber er ist halt nicht gut genug ja das ist nicht umgedreht ich hab ja mein Schild also er hätte gedacht, ich hab mal ein Schilder aber ich hab nicht genug Manna vielleicht ne Ahnung hier Baylife Blue ja warte ich mal erst mal mitleinen, guck mal die die Wave da ja dann hau ich den schon mal ein bisschen da kannst du hier nehmen, kannst du hier nehmen der das Passwort der Backport Ninja Tabi ist uns gleich wieder Topport ähm botlane ist dewarded ok auf ich mal haben sie sich die ganze Zeit aber bitte noch nicht sofort Oh, ich hab auch falsch rumgelegt. Ich hab Teleport auf F. Ja, ist falsch. Das war jetzt auch nice, Hintetit. Dann weg hier. Ja, wie sonst, Mann. Mann, ich kann ja nicht proxieren. Lacht die, lacht die doch. Nidale kriegt Blue. Kann ich reingehen, soll ich nur Logen haben. So, jetzt kann ich zum Boxen. Warum dreht sie sich nicht einfach um einen Tötetisch, ist jetzt so meine Frage. Weil ich sowieso wegkomme. Was? Wieso, wenn du die ganzen CS am Tower? Ja, weil ich zocke eh nicht drauf. Ich hab keine Ahnung von Proxy. Nee, außerdem ist, wenn sie mich killt, irgendwann bin ich... Oh, ich stehe ja schon 2-0, scheiße. Nein, eigentlich ist Proxy die Idee, du stehst einfach so oft, dass du einfach gar kein Geld mehr wert bist. Einfach diese Minions hier farben kannst. Wenn sie vorbeikommt, um dich zu killen, verliert sie quasi mehr daran, nicht die Minions hier vorne zu killen, sondern dich zu killen, weil du bist Minion wert. Oh, verstehe. Aber die wollen das gar nicht. Die wollen nicht lieber finden. Nee, guck mal, die verlegt jetzt hier alles da vorne. Ja, und währenddessen... Ich halte sie einfach dafür ab, hier wieder hinzukommen. Nice. Und demnach geht das mit Sin-Stand-Best. Ja, mit Sin-Stand geht das so easy, weil du auch tanky wirst, wenn du einfach irgendwie null irgendwas stehst. Und du bist ja so verdammt schnell, also mit der Ulti da noch. Nein, das ist... Peripher. Ja... Nein, das ist vollkommen egal. Nein, es geht darum... Kannst du nicht sehen, ob der Red da steht oder ob der weg ist? Ähm, muss man checken. Boah, ich festcheck den jetzt. Wenn man macht die Sin-Stand jetzt, dann... Ich bin auch treile über den Riven, weil die grad versucht hat, mich zu chasen. Oh, Kriegst den ist da. Good job, bro. Ich hab Team-Play. Naja, weil dein Ding, ja, aber... Das war super abbestimmt. Raps Team springt einfach mal an ihm vorbei. Die Arme. Hm. Eigentlich sollte ich gar nicht ganken, aber... Wisch. Hm. Kau, sorry. Ich... Sie wollte nur ein Assistor. Ey, live, wie klappt's Mitte? Ha? Wie, ihr klappt's Mitte? Hier ist gewartet. Gut, gut. Wer dann nämlich hier vorne schon fertig geproxiert hat, geht man normalerweise hier hinter. Aber jetzt bin ich zu langsam gewesen. Ja. Oh, die Riven... äh, die Quinn ist da. Das ist auch so, das Broxien, weil... Die können dich einfach nicht mehr handeln, dann. Hm. Gehst du einfach so... So auf Up-Fuck-Mode... Hm. Ah, demnach merke ich mir das. Und siehst... Siehst die ganzen Leute da auf Top-Lane. Weil, guck mal... Was jetzt? Jetzt sind zwei Top, Lee Sinco die ganze Zeit Top-Lane. Guck, hier ist er schon wieder. Und Bot könnte pushen. Eben. Es sind drei Top und die kriegen mich sowieso nicht. Pass auf. Wuuuh! Das Ding ist, dass... Ich geh mal hier durch. Guck mal hier. Ich hab sogar den Tower noch bekommen. Jetzt hab ich keinen Mana mehr. Nein, ich geh hinten um. Ja, ich halt möchte Bälle. Ja, und... B-Life geht jetzt erst mal alle. Ich hab keinen Mana. I got this. Ich hab genug Rüstung. Ich hab gleich mal meinen Bär. Okay. Fuck. Ich hab nicht vorbei, Hitman. Okay, okay. Schlaß dich in Ruhe. Sorry, sorry. Ich hab... Also ich kann die genug... Lange genug halten. Ich bin gestorben. Mal. Und... 棠... chiffonisch... Wowý, dawn. Not. Unit sucks. Perfect. Andres. Lust. Weise adapt. Du hast wohlust. Angst,ika. Unfolg ist typisch. นndest. Nein, kein Greenpeace von mir. Let's gang, wollen wir uns noch mal Quinn holen? Anker? Ich muss nur ein Item-Bild machen. Geht diese Item-Bilde immer noch? Ich glaube, die hat mich gesehen. Ja. Gut, ich muss nur einen machen, ich kann man das Bild nicht merken. Ich glaube, sehr viel kommt noch. Pass auf, da ist. Alter, ich bin sowieso gerade nur von irgendwelchen AD-Charles-Toplane. Nein, er will mich. Ich aber nicht. Ich habe nur 85 Lars-Sitz, ey. Ich hab nicht mehr viel Mana. Ja, ich krieg schon hin. Ich hab gleich mehr Norked, also Mana. Warte, ich komm schon. Ich hab keinen Mana. Ich hab einfach zu viel Wasser für sie. Forst, die AFK, ich mach blo. AFK, ein Abo-Game. Kann ich mit dem Blumen gehen? Ja klar, du kannst es machen. Ich hab einfach noch keinen Schaden genommen. Richtig krass. Wir wurden invaded, Forstina. Der Blu ist weg. Wollen wir ran gehen? Das hab ich ja jetzt noch gesehen, aber... Äh, das ist gerade mies gewesen. Einmal gerade da gewesen. Oh, der war schwer. Und, ja. Ich trage Kontaktlinsen und ich hab die falschen gerade reingemacht, weil mir die anderen rausgefallen sind. Oh, das hat's ja jetzt leicht angekratzt. Könnt ihr flash sein? 30 von Grab bleibt dran. Oh, Leute, mitz. Oh, Leute, mitz. Ja. Auch seine Leaky muss ich gegen. Oh, das ist dann das Mana-Problem-Machen. nicht sehen können die mich nicht da sehen das ist schon schlecht so oh oh komm gib mir noch ne cooles Leute machen wir Dragon ja mach doch schwenk ich geh wieder top lane da am Pinkwater bei dann brauchen wir nicht oh ich bin entstreckt wir haben auf jeden Fall gewordert ja das weiß ich dann wollen wir erst noch hier die beiden holenbälle ich geh weg verdammt Schreihaden gerade hier was ist der? ich hab sie nicht gestanden ja warte ich komm blind blind alter das blind au ey das wird nichts mehr tragen auf den Abenddampf holen perfect time perfect time nice 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 ich geh back ähm wir waren Mitte wir wollen Dragon war auch dass die nicht Dragon haben ja warte dann versuch ich mal Dragon zu spielen Litz äh willst du dann jemanden raussuchen? okay ne ich glaub sie wollen eher Baylife ja klar wer will die nicht die wollen die wollen flut die wollen flut ich versuch'n ein zu wer von entgeht ne die wollen flut die wollen flut wenn die flut haben wollen wenn die flut bekommen die flut ha fuck gut job oh Uuuuuh Hahaha Loom Fedeff, Eventil schreibt mir Wenn du Handschuhe baust dir, abonier' ich dich Ich durfte erst mal fette Handschuhe bauen Jaa, das ist nicht besser, das haben wir gewonnen Go for Handschuhe Nothing else matters Mein Farm ist irgendwie wie Krab Na und? Meiner auch Dafür, dass ich die ganze Zeit Toplane rumfarme Ja, ich behalte mal meinen Teleport Ja, Max, ja gut, ich war aber auch AFK Ich finde, das ist trotzdem keine Glanzleistung So, kein Cooldown, ey Ich habe mal einen Teleport Auch ein interessantes Bild auf Udi Hier Das Toplane Phoenix Proxy Udi Box noch Phoenix Ja, das ist mein Phoenix-Skin Ja, ich würd mal sagen, jetzt können wir mal was Spreng machen Ja, ist mein Kwin Wappen kannst du, Alter Ja, ich bin schon im langsam zuvor Ja, es ist kein kleiner Das ist mein Kwin Eeeeeeah, ich bezuhe das Ich bin schon mal für was sinnvolles Ich würd sagen, für ohne Trash, wenn er wieder näher kommt Betracht oder nicht? Jego gewordet? Ja, er ist gewordet. Ja, so schau's aus. Ja, er ist gewordet. Lol. Lol, das ist voll über die Wand gebracht bei mir. Oh, ich bin zu langsam. Ich muss die schneller pushen, die Minions. Jetzt kann ich nicht dahinter proxieren. Ja, ich meine, ich fang jetzt an mit Fällen. Aber wenn du dich immer dazwischen durchstunt, ne? Du dürftest nicht wissen, dass du den machst, und siehst überall. Tyler, hol dir doch ein bisschen ins Werbe. Mach das. Ich hab noch einen Teleport. Ich pop mich mal hier rein, ne? Incoming. Ja, der ist gewordet, also. Fuck das. Komm, los, 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 los. Lol. Lol. Lol, ich bin mal ein Speer getroffen, Hanna. Ich habe gesagt, ich solo den. Ich habe ihn solo. Ich hab ein Flash rausgeholt. So, ich würde nur sagen, wir machen jetzt Big Plays. Komm, ich tank das. Ja, gut vorbei mit Big Plays. Oder doch. Rein raus, rein raus, rein raus. Ich bin aus dem tanken, ich aus dem... Fly ulti passive. Nice. Aus dem aufgehört zu tanken. Rein ulti passive, carry down. Was ist denn los? Was ist denn los? Ich habe Abo-Game. Auf die... Los, kriegen wir. Los! Hab ihn doch. Ist heute auch groß. Tod gehauen. Vor allem, Panna, du erzählst mir. Proxy liegt daran zu viel. 5-1. Ja, hallo Mali, gehst du noch Top-Lane? Kommt der Jungler auch ständig Top, aber der war nicht. Ähm, der war kaum Top. Der hat mich einfach ständig abholen können. Ich werde so oft sterben können einfach. Aber das hätte er nicht gemacht. Na, die 4%. Was ist das? Ähm... Wo sie? Kriege ich Blue? Äh, Red? Ja. Los, komm bitte. Ah, guckst euch mal die Items von Nieder an. Ich glaube, der weiß nicht so richtig, auf was die geht. Pass auf. Nee, ich glaube, er hat sie aufgegeben. Ja, das ist so. Das ist so übertrieben. Ja, wir losen. Oh ja, da ist schon. Ja, vielleicht waren die Teams halt auch ein bisschen unfair. Musst du ja nächstes Mal drauf aufpassen. Ja, man muss schon dazu sagen. Unfaire Teams. Stimmt, ich war dabei. Oh, die, die Quinn. Du machst das Baylife, oder? Ich one shot. Oh nein, ich komm schon. Oh ja, du los. Ich bin zu schnell. Nein! Klappt ihr doch nicht da rüber. Da kommen sie doch weg. Ich komm hinterher. Ich bin zu schnell. Oh. Weggetroll. Ach komm, da bleibt ihr ja. Geh raus, meine ich. Oh, oh, Tank war auch kein Tor. Ja. Geht einfach auch andersrum. Oh, Nia. Oh, Minions. Ah, komm schon. Den nächsten tank ich, ey. Nicht Minions. Oh, die Zincoms. Ja, kann schon sein. Das ist vielleicht ein bisschen unfairer. Oh nein. Oh nein. In Kaljekus. Muninakus. In... Also ne Holte hab ich gerade nicht, ne? Mach doch noch eins Panda. Ja eben, hab ich's ja auch. Mach's ja. Echt? Ach so. In... 20 Minuten. Ich hab mein Teleport wieder ab. 200-3 Sekunden Kulon. Ja, chillet die Ude. Ähm, Panda, ich würde mal sagen, wir müssen uns wiederholen heute. Äh, nee. Nein, warte nicht mehr. Aber wer ganz lustig. hh. Bro! Sch... Gonna get that... Nieder, dir. Überleben sogar. Das ist Proxy, ich geh einfach nur abfucken. Es sind aber auch momentan nur noch 3 von deren Team im TS, ne? Es waren schon die ganze Zeit neutral. Echt? Hab ich gar nicht hingeguckt. Ja, aber jetzt kriegst du den. Hab ich mir eh geschollen? Ja, aber was hab ich denn jetzt hier noch zu tun? Oh, Alter! Sechste Silv? Einfach nur alles am Stun. Alter! Hör ich mir auch noch. Komm, Balev! Oh! Nein! Nein! Scheiße, ich hab mein Schild nicht ab. Aber ich hatte mein Schild ab und es ist einfach zu viel Schaden. Das kann auch sein. Ich brauch mehr Magic Pen. Ah, ich kenn das macht noch mehr Damage aufm Schlag. Oh! Death Fire! Ah! Ah! So unfair! So unfair! Ich schließe hin. Es gibt einfach Instant-Multi. Haben wir da ein Wort? Wir haben hier... Wow, wir haben hier... Sechs Sekunden. Ich popke mich da jetzt Instant rein. Oh. Ist gerade abgelaufen, aber... Toll, lecker. Wer ist von euch gerade eine Tastatur am Vergewaltigen? Ich nicht. Oh, du weißt... Invisible... Invisible... Invisible Teleport. So, jetzt hab ich's. Invisible... 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 Ich krieg den. Komm doch her. Schizzle gewissel. Schizzle gewissel. Schizzle gewissel. Bam. Bam. Tiger! Wie der Tiger schon läuft, ich find das so komisch. Guck mal, wenn er um die Ecke läuft, dann dreht es sich einfach auf der Stelle. So random. Und der... Ich find die... Ich find die... Ich find die... Ich find die kommen. Solo zu zweit. Solo zu zweit. Solo zu zweit. Take this. Na, na, na. Let's crank. Das sind Sachen zwischen mir und Bär. Also wenn... Wenn ein Tiger... Äh, ein Bär sieht, dann dreht sich das cool aus. Und wenn ein Tiger sieht, dann dreht sich das scheiße aus. Also wenn ein Tiger sieht, dann dreht sich das scheiße aus. Ich bin nicht mit Solo zu zweit. Ich beschäftige mich da. Eifersüchtig. Na ja, zu früh. Verdammt. Ich hab nicht gedacht. Dann mir das schmeißen. Was? Mach das nochmal. Komm doch. 5 Sekunden zu Ulti. 3... 2... 1... Punch. 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 Oh... Das miese Kätzchen. Punch. Punch. Der Kätzchen. Und da steht einfach immer noch drin. Still alive. Go, Panther! Danke! Ich kann mich gar nicht angreifen. Panther, yo! AP Jacks. Next Panther in List. Nicht Ende machen. Gib mir mal 5 Sekunden. Schauen wir mal, ob ich die Nidale one shoten kann. Nidale! Block die Minion. Helft mir! Okay, doch. Haha! Die Deffen das! Auf Klando! Adieu! GG! Ach, wurscht!